Heiße Milch mit Honig ist ein altes Hausmittel, das bei verschiedenen Beschwerden Linderung verschaffen soll. Aber ist dies auch mit wissenschaftlichen Fakten vereinbar? Kann heiße Milch mit Honig tatsächlich bei Halsschmerzen, Einschlafproblemen oder anderen Leiden helfen? Honig alleine gilt als antimikrobielles und heilungsförderndes Mittel. Milch hat vor allem aufgrund ihrer zahlreichen Inhaltsstoffe wie Proteine, Mineralstoffe und Vitamine einen guten Ruf. In einigen Fällen können sich die Eigenschaften von Honig und Milch ergänzen und in Kombination eine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit ergeben. Studien deuten darauf hin, dass Honig durch seine antimikrobiellen Eigenschaften bei Halsschmerzen und trockenem Husten tatsächlich Linderung verschaffen kann. Bei Husten mit Auswurf sollte der Honig pur konsumiert werden, da Milch die Schleimproduktion anregt. Milch gilt als eine gute Quelle für Kalzium und soll daher förderlich zur Stärkung der Knochen sein. Die Kalziumaufnahme durch Milch könnte laut Studien durch gleichzeitig verabreichten Honig gesteigert werden. Sicher bewiesen ist dies gegenwärtig aber noch nicht. Honig und Milch könnten laut Wissenschaftlern Auswirkungen auf die Darmflora haben. Daher besteht die Möglichkeit, dass heiße Milch mit Honig sich positiv auf die Verdauung und den Stoffwechsel auswirkt. Heiße Milch mit Honig wird oftmals als wirksame Einschlafhilfe genannt. Forscher machten schon vor längerer Zeit einen bestimmten Inhaltsstoff für die Wirkung von heißer Milch mit Honig als natürliches Schlafmittel verantwortlich. Das war die in der Milch enthaltene Aminosäure Tryptophan. Im Gehirn kann aus Tryptophan das Schlafhormon Melatonin entstehen, das an der Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus beteiligt ist und für einen erholsamen Schlaf unerlässlich ist. Die Aufgabe für den Honig stand ebenfalls bald fest. Der Zucker des Honigs lässt den Insulinspiegel ansteigen, was wiederum zu einer besseren Aufnahme von Tryptophan ins Gehirn führt. Dennoch zweifelten Wissenschaftler an einer tatsächlichen schlaffördernden Wirkung von heißer Milch mit Honig. Und nach heutigem Stand scheinen sie damit richtig zu liegen. Denn Milch enthält schlicht viel zu wenig Tryptophan. Einen Placebo-Effekt kann heiße Milch mit Honig aber durchaus haben. Schließlich helfen gerade beim Einschlafen psychische Einflüsse wie Rituale oder einfach ein wohliges Gefühl. Eines ist aber sicher, heiße Milch mit Honig ist ein Genuss. Lassen Sie es sich schmecken. Weitere Informationen aus der Welt des Honigs gibt es auf bienen.info.